Hallo, wir sind die Familie Schnuffel, das bin ich, der Josef, die Nadine und meine Tochter, die... Lina, das ist unsere erste Folge und wir starten im Schwimmbad. So, bevor es losgeht, mussten wir uns natürlich umziehen und hier sind wir jetzt schon mit unseren Badesachen. Los geht's. Mama, darf ich zuerst duschen? Ja, na klar kannst du zuerst duschen, aber der Papa muss ja auch duschen. Und ich freue mich aber schon so aufs Baden, darf ich gleich direkt rutschen? Aber klar, das Wasser sieht aber auch gut aus, aber warte mal, was ist denn da im Wasser? Papa, ist das deine Meerjungfrau Flosse im Wasser und Mama? Das kann sein, gucken wir mal. Ich bin die Meerjungfrau, hallo in unserem Schwimmbad, aber ich muss leider alles vorbereiten und muss wieder abtauchen. Tschüss. Schwupps, da ist sie schon wieder abgetaucht, gibt's ja gar nicht. Hey, da sind ja noch ihre Freunde abgetaucht, so ein Quatsch, aber ihre eine Freundin schläft und die andere Freundin... Ich gehe jetzt erstmal rutschen, Mama. Mach das? Ja, dann mach das mal. Oh, du bist ja schon oben. Ja, das ging so schnell. Ich bin ja eine Flitzkanone. Jo, sehe ich auch gerade. Dann mach mal. Jippie. Ja, dann rutsch mal jetzt runter, du bist ja schon bereit. Mama steht auch da. Okay, ich rutsche los. Oh, das war aber ein schöner Planscher. Und die Mama rutscht auch hinterher. Ui, sehr schön. Oh, ich komme jetzt auch. Aber warte mal, da steht ein Bademeister da eben drauf. Halt, warten Sie, Sie dürfen nicht alleine rutschen. Hä, warum soll ich denn nicht alleine rutschen dürfen? Was denn jetzt? Äh, jetzt sind sie bei mir oben hier. Ja, aber ich muss zusammen mit ihnen rutschen. Ja, wieso? Männer dürfen nicht alleine? Na gut, dann rutsche ich halt mit ihnen zusammen. Und am besten auch noch einen Schutzhelm aufsetzen. Ja, okay. Den setze ich dann mal eben auf. Zack, da ist er. Los geht's. Die Rutsche runter. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott, das war nicht schlecht. Aber wir sehen jetzt ganz schön ein bisschen betröppelt aus hier unten. Naja, aber Spaß gemacht hat's. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.